Zehn Dinge, die sie nicht tun sollten, wenn sie beim Elternsprechtag sind. Mein Gott, wir haben doch alle mal mit Drogen gedealt und die Lehrer verprügelt, oder? Thorsten hat eine Fünf in Mathe, eine Sechs in Physik und eine Sechs in Englisch. Da haben sie ja wohl mal einen Scheißjob gemacht. Gut, er hat vier Sechsen im Zeugnis. Und jetzt? Leider eine Sechs. Und, wird er versetzt? Natürlich ist er abgeschlafft und müde. Sie haben ihm ja auch das Kokseln verboten. Aggressiv? Mein Sohn soll aggressiv sein? Sag mal, wir fangen auf die Kette meiner Trompe! Wir konnten Ihren Sohn leider nicht versetzen. Langweilig! Hand aufs Herz. Kann er mit der Fünf in Mathe noch Papst werden? Sag mir, Elbin! Gilt sein Zeugnis auch in Träno? 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 Untertitelung im Auftrag des Ziliyor? Vielen Dank.